Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, was für ein schönes Wetter. Es regnet ein bisschen, nicht stark, aber schon so leichter Mieselregel oder wie man das nennt. Ja, wir sind hier auf dem Markt neben dem Sportgelände. Es ist nicht viel los heute. Teilweise wegen dem schlechten Wetter, aber weil auch Feiertag ist immer noch in Thailand. Und deshalb sind viele Leute im Bad heute und nur wenige auf dem Marktplatz. Nichtsdestotrotz, frühstücken wir jetzt erstmal. Und zwar, was haben wir denn da? Erstmal das gegrillte, wie immer. Und den Klebereis darf nicht fehlen. Und hier ist eine ganz besondere Spezialität. Und den Namen habe ich schon wieder vergessen. What's the name of this, Schatzi? Saku Saimu. Also Saku Saimu nennt sich das. Das hier ist getrockneter Knoblauch, Pepperoni. Und das hier sind so Teigtaschen. Und den möchte ich jetzt gerne mal zeigen. Teigtaschen mit Schweinefleisch und Peanut gefüllt. Also kann ich mal... So sind die von innen aus, ne? Schmecken eigentlich gar nicht schlecht. Mit ein bisschen Knoblauch. So Leute, unsere Mimmi ist auch dabei. Hier haben wir unter den Schirn wir dran. Wie gesagt, es regnet nicht stark. Also manche Leute gehen mit Schirn hier herum. Aber ich sitze hier immer noch draußen. Und ein bisschen Wasser schadet nicht. So, da haben wir noch unseren Kaffee hier. Das übrige halt, wie gesagt, ich sag's nochmal. Es ist gar nicht viel los heute. An diesem Mittwochsmarkt. Aber meine Frau zum Glück hat ihre Stammkundschaft. Die sucht sie immer wieder hier. Und so kann sie eigentlich sehr gut verkaufen. Aber ohne die Stammkundschaft würde es nicht sehr gut aussehen, ne? Okay. Und ansonsten, ja, schauen wir uns noch ein bisschen am Markt hier rum. Oder am Stamm. So, wie gesagt, ist nicht sehr viel los. Ja, ein paar Leute sind schon. Vielleicht kommen die anderen auch später, wenn die aus dem Watt kommen, ne? So, das hier ist meine Frau. Mit ihrem Krippab. Sie hat schon ziemlich gut. Sie hat schon ziemlich gut verkauft, ne? Aber trotzdem noch jeder Menge. Schauen wir mal, wie das weitergeht heute. Wie gesagt, mit dem Regen ist das nicht so teuer. Eier haben wir auch hier. Das ist kein Problem. Die Eier, da finden wir immer wieder Abnehmer. Ja. Und ansonsten. Unsere Mimmi unter dem Schirm. Ist das nicht ein schönes Bild? Kann ja natürlich auch ins Auto rein. Ist jede Menge Platz heute normal. Haben wir hier auch Nachbarn. Aber so haben wir drei, vier Plätze neben, die frei sind. Ja. Wie gesagt, manche im Regenmantel oder ja, wenn man am Motorrad fährt, ist das schon was anderes, ne? Aber im Großen und Ganzen, Leute, ist nicht viel los. Also ich kenne diesen Mittwochsmarkt schon anders. Aber gut, was soll's. Okay. Die Leute, die hier am Morgen Sport machen, lassen sich vom Regen auch nicht stören. Kann ich nochmal kurz zeigen. Ja, will ich jetzt nicht zu nahe gehen. Vielleicht mögen sie die nicht, wenn sie gefilmt werden. Aber so aus der Ferne kann ich schon zeigen. Meistens haben die auch Musik dabei. Die meisten mögen es aber, wenn man sie gefilmt. Ich gehe aber trotzdem nicht näher ran. So. So was sollte ich eigentlich auch machen, Leute. Würde mir gar nicht schaden. Bisschen Bewegung. Aber gut, ich habe ja Bewegung im Garten. So ist das auch nicht. Ja, kommt dann wieder mal Kundschaft. Also, ich muss schon sagen, meine Frau, das Geschäft ist ziemlich lau heute, aber meine Frau kann schon verkaufen. Weil die hat erstmal, wie gesagt, die Stammkundschaft und auch sonst. Das mit ihrem Krip-Up spricht sich schon langsam um. Immer wieder auch neue Kunden kommen und wollen die Telefonnummer haben, auch für Vorbestellungen und so. Also, es sieht eigentlich ganz gut aus hier mit ihrem Krip-Up-Business, sage ich jetzt mal. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, okay. Ich drücke jetzt mal Pause, um ein bisschen was zu essen. Hey. Ja, was ich noch sagen wollte, die Frau mit den Datteln ist heute gar nicht gekommen. Schade, weil ich war fest entschlossen, ein paar Datteln zu kaufen. Diese richtig reifen, nicht mehr rot, sondern schon ein bisschen schwarz. Aber gut, die kommen mit Sicherheit am Samstag dann wieder. Heiländische Datteln, ne? Die ist hier eine andere Frau, auch mit Datteln, aber ja, nur ein paar. So, und ansonsten das Übliche hier an diesem Markt. hier wieder die Bio-Abteilung mit Zwiebel, Gemüse, Salat, ist der Mann mit seinen Messern. So, brauche ich weiter nicht viel zu zeigen. Kennt ihr schon alles. Nur, jetzt fängt es auch ein bisschen stärker an zu regnen. Naja, im schlimmsten Fall können wir rein zu Auto gehen. So, Leute. Jetzt gehen wir mal essen, ne? So, Leute. Unsere Mini kriegt auch Wasser von dem gegrillten. So. Und ansonsten unser Krebereis sehr lecker mit gegrillten. Kann ich nur empfehlen. Kann man mit dem Finger essen, gar kein Problem. Dickerei. Hm. Das ist ein Krebereis. Und dann ist das alle Falle. Und dann. Hopp. Hier ist dieses Brot. Also den Krebereis kann man zwar dann essen. Ja, der regen wird stärker. Oh, 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 oh. Oh, 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 Ok Leute, das war es dann wieder mal für heute hier von dem Sportgelände, von dem Marfa Sportgelände in Surin. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und Tschüss. Wuhuuu!